Ja, hallo liebe Leute! Und zwar habe ich mir das Fußballspiel Schweiz gegen Schweden angeguckt und es ist diesmal halt so ausgefallen, dass Schweden ein Tor geschossen hat. Die Schweiz leider kein Tor. Ich muss aber sagen, ich finde es gut, dass die ins Achtelfinale reingekommen sind. Und das hat jetzt für das Viertelfinale nicht mehr ausgereicht. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall den Schweizer Fußballern alles Gute für die Zukunft. Gut gespielt haben sie auf jeden Fall. Und ja, es ist halt schade, dass jetzt auch für die Schweiz sozusagen das Fußballspiel beendet ist mit der Fußball-WM 2018. Ich bin trotzdem mal gespannt, wer jetzt ins Finale reinkommt. Und Jogi Löw habe ich mitbekommen, der macht ja jetzt trotzdem weiter. Der Bundestrainer von den Deutschen, das finde ich auch sehr gut. Und ich wollte mich jetzt einfach mal zu dem Spiel Schweiz gegen Schweden mich äußern zum Spiel. Also ich wünsche euch alles Gute, Deutschland und der Schweiz. Und ja, tschüss.